Derzeit steigen die Corona-Infektionen stark an. Magdeburg wird dennoch keine Allgemeinverfügung erlassen. Man setzte vielmehr auf das strikte Einhalten der geltenden 8. Landesverordnung und der gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Der Inzidenzwert der Landeshauptstadt lag am Mittwoch bei 36,62 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Bisher der höchste Wert in der Stadt. Aktuell wurden 15 Menschen positiv auf das SARS-CoV-2 getestet. 530 Magdeburger haben sich seit März 2020 mit dem Virus infiziert. Derzeit seien zwölf Mitarbeitende im Gesundheitsamt mit der Nachverfolgung der Neuinfektionen beschäftigt. Ab Montag wird das Team auf 20 Mitarbeitende aufgestockt. Aktuell gäbe es in Magdeburg keine Infektions-Hotspots. Bis September hatte man es mit infizierten Reisrückkehrern zu tun. Inzwischen infizieren sich die meisten Betroffenen bei Privatveranstaltungen wie Familienfeiern. Eine Sperrstunde soll es in der Landeshauptstadt vorerst nicht geben, da es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass sich in den Restaurants und Lokalen in Magdeburg Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben.